Als der Geist sein Zimmer erreicht hatte, brach er völlig zusammen und verfiel in einen Zustand heftiger Gemütsbewegung. Die Rohheit der Zwillinge und der krasse Materialismus von Mrs. Otis waren natürlich außerordentlich verstimmend, aber was ihn am meisten betrübte war doch, dass er die alte Rüstung nicht mehr habe tragen können. Er hatte gehofft, dass sogar moderne Amerikaner erschüttert sein würden beim Anblick eines Gespenstes in Waffenrüstung, wenn auch aus keinem anderen vernünftigen Grunde als aus Respekt vor ihrem Nationalpoeten Longfellow, mit dessen graziöser und anziehender Poesie er selbst so manche Stunde zugebracht hatte, wenn die Cantervilles in London waren. Und dabei war es noch seine eigene Rüstung. Er hatte sie mit großem Erfolg auf dem Turnier in Kenilworth getragen, und die jungfräuliche Königin höchstselbst hatte ihn dazu auf das schmeichelhafteste beglückwünscht. Und als er die Rüstung heute anlegen wollte, hatte ihn das Gewicht des alten Panzers und Stahlhelms so erdrückt, dass er darunter zu Boden gestürzt war, sich beide Knie heftig aufgeschlagen und die rechte Hand verstaucht hatte. Mehrere Tage lang fühlte er sich nach diesem Vorfall ernstlich krank und verließ sein Zimmer nur, um den Blutfleck in Ordnung zu halten. Da er sich sonst jedoch sehr schonte, erholte er sich bald wieder und beschloss noch einen dritten Versuch zu machen, den Gesandten und seine Familie in Schrecken zu versetzen. Er wählte zu diesem seinem Auftritt Freitag, den 13. August, und verbrachte den Großteil des Tages mit dem Durchsuchen seiner Garderobe, bis er sich endlich zu einem großen, weichen Hut mit breiter Krempe und einer roten Feder entschloss, sich vom Hals bis zu den Füßen in ein mit Rüschen besetztes Totenhemd hüllte und einen rostigen Dolch wählte. Gegen Abend kam ein heftiger Regenschauer und der Sturm rüttelte gewaltig an allen Türen und Fenstern des alten Hauses. Das war zum Spuken just das rechte Wetter, ein Wetterchen, wie er es liebte. Sein Plan war folgender. Er wollte sich ganz geräuschlos in Washingtons Zimmer schleichen, ihm vom Fußende seines Bettes aus wirres Zeug vorquasseln und sich dann zu den Klängen leiser, geisterhafter Musik dreimal den Dolch tief ins Herz stoßen. Er hatte auf Washington einen ganz besonderen Groll, weil er wusste, dass dieser es war, der immer wieder den berühmten kentervilschen Blutfleck mit Pinkertons Fleckenreiniger entfernte. Wenn er dann den frivolen und tollkühnen Jüngling in den namenlosen Schrecken versetzt hatte, so wollte er sich nach dem Schlafzimmer von Mr. und Mrs. Otis begeben und dort eine eiskalte Hand Mrs. Otis auf die Stirn legen, während er ihrem zitternden Mann die entsetzlichen Geheimnisse des Beinhauses ins Ohr zischelte. Was die kleine Virginia anbetraf, so war er über sie noch nicht ganz im Reinen. Sie hatte ihn nie in irgendeiner Weise beleidigt und war hübsch und sanft. Einige tiefe Seufzer aus dem Kleiderschrank würden mehr als genug für sie sein, dachte er, und wenn sie davon noch nicht aufwachte, so könnte er ja mit zitternden Fingern an ihrem Bettlaken zerren. In Bezug auf die Zwillinge war er aber fest entschlossen, ihnen eine ordentliche Lektion zu erteilen. Das erste war natürlich, dass er sich ihnen auf die Brust setzte, um das erstickende Gefühl eines Alpdrückens hervorzurufen. Dann würde er, da ihre Betten dicht nebeneinander standen, in der Gestalt eines grünen, eiskalten Leichnams zwischen ihnen stehen, bis sie vor Schreck gelähmt wären. Und zum Schluss wollte er das Leinhemd abwerfen, um mit weißgebleichten Knochen und einem rollenden Augapfel im Zimmer umherzukriechen. Als stummer Daniel oder das Skelett des Selbstmörders. Eine Rolle, die er mehr als einmal mit großem Erfolg gespielt hatte und ihm ebenso gut zu sein schien, wie seine berühmte Darstellung des Martin des Verrückten oder das maskierte Geheimnis.